Hallo zusammen. Ich bin nicht der Franz, aber das ist der Lucien. Ich bin der Tobi. Mich seht ihr vielleicht ab und zu in den anderen Videos. Sonst findet ihr mich in der Werkstatt und heute haben wir was richtig Schickes für euch. Wir haben nicht mal 11 Kilo, haben einen Vollcarbonrahmen, Carbon Laufräder, sogar die Narben sind aus Carbon. Was genau haben wir hier vor uns? Ja, wir haben das SCOT RC SL EWO AXS und das ist das absolute Topmodell von der Firma SCOT. Mehr geht nicht mehr. Das absolute Supermodell von dem. Also wenn was direkt ins Auge springt, dann ist es natürlich die mega coole Optik. Der Rahmen selbst ist relativ matt und dunkel gehalten. Ja, so teilweise glänzend am Oberrohr, hauptsächlich aber wirklich matt, matt-schwarz. Aber die Akzente, die gesetzt werden, so rund um das Rad, die sind halt das, was sie wirklich rausmachen. Also was direkt ins Auge springt, ist mit Sicherheit die Oil Slick Optik. Die haben wir bei der Kassette, bei der Kette. Wir haben es jetzt noch fortgesetzt und haben noch richtig schöne Pedale so angeschraubt. Also alles in diesem schönen Farbverlauf. Das ist das, was mit Sicherheit am meisten auffällt. Genau, die Pedale haben wir auch richtig leichte gewählt von Expedo. Die drehen sich super, sind super gelagert und abfallen auch im Gewicht jetzt wirklich nicht. Ja, irgendwie aus der Reihe. Also alles passend zum Rad. Was hier auch noch ein Highlight ist, ist halt die Carbon Speichen. Das ist halt auch richtig krass. Also das Rad ist halt deswegen auch so leicht, weil es halt hier nicht die üblichen Speichen hat aus Stahl oder sonst was, sondern hier aus. Ja, coole Sache. Und gibt es halt nur bei so absoluten High-End-Top-Modellen. Dann haben wir für die Abhebung halt, wie du schon gesagt hast, diesen Rainbow Slick, Oil Slick Effekt und halt diese Kashima beschichteten Elemente, die das Ganze nochmal hervorheben. Und das macht das Ganze halt schon zu einem absoluten, auffälligen Rad wieder. Ja, apropos Kashima. Jetzt fragt man sich ja gleich so ein bisschen, ist denn jetzt dann auch, ja, ist es nur die Gabel, die nur Kashima ist und die Transfer? Oder wie ist es mit dem Dämpfer? Apropos, wo ist der Dämpfer überhaupt? Darauf sind wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig eingegangen. Ja, der Dämpfer ist ja hier drin. Das ist ja das neue Spark-Modell. Das heißt, wir haben den Dämpfer im Rahmen integriert, so dass er halt auch vor Verschmutzung und sonstiger Witterung geschützt ist. Und hier drin ist dann der Dämpfer. Und das sieht auch mehr aus wie ein Fox Factory Dämpfer. Der Nude müsste das sein. Und ja, also hier ist halt, wie gesagt, das Beste vom Besten. Und hier auch Kashima-Coating. Beim Dämpfer auch, wenn man es dann halt nicht sieht. Ja, wie viel Federweg haben wir eigentlich? Also wir sind hier jetzt ja im Race-Fully-Bereich. Also alles ist auf Gewicht ausgelegt und ja, eher für Cross-Country, Abhil, bisschen Trail-Fahren auch ausgelegt. Ja, wie viel Federweg haben wir vorne und hinten? Das sind 120 Millimeter. Ist ein absolutes, ja, Cross-Country oder Down-Country-Bike, was man mittlerweile ja so sagt. Das heißt, ich kann damit schnell fahren, aber auch mal ein bisschen in Ruffers. Weil wir haben hier zwei Vierer-Reifen, das ist schon ziemlich breit. Das ist halt schon wie bei so einem E-MTB. Also damit kann man auch schon mal einen Single-Trail gut runterkrachen. Und das bei einem Rabeik von halt ohne, wenn wir es jetzt halt komplett ohne Pedale und mit dem Tubeless-System bemessen würden, wären wir bei 10,1. So sind wir jetzt bei ein bisschen mehr wie 10,5 Kilo. Genau, noch so ein paar Highlights von dem Rad. Ich meine, eins, was direkt auffällt, wenn man auf das schöne, cleane Cockpit guckt, sind halt die Bremsen. Wir haben Shimano XTR-Bremsen. Ist, glaube ich, so für den Down-Country-Bereich somit das edelste, was man haben kann. Sind sehr leicht, trotzdem super feinfühlig, von der Optik auch richtig clean. Und wenn wir dann ja runter auf die Scheibe schauen, da haben wir dann richtig schöne Ice-Tec-Bremsscheiben, die dann auch die Hitze wunderbar ableiten und für eine richtig krasse Bremskraft zusammen mit dem starken System sorgen. Genau. Ja, also XTR, die absolute Sperrspitze. 160 mm hinten die Scheiben, Ice-Tec vorne, 180 mm. Und damit kann man schon sehr stark und gut verzögern. Bei den Kurbeln wurde auch auf Carbon gesetzt, die XX1 halt auch als Kurbel hier. Also das, hier ist wirklich jedes Detail, also eigentlich ist das komplette Rad ein Highlight, weil überall findet man nur die besten Anbauteile, die es so momentan auf dem Markt gibt. Ja, wenn wir jetzt aufs Cockpit nochmal drauf schauen, da fällt eins direkt auf und zwar diese Trigger hier. Man hört schon im Hintergrund, ist so ein elektrisches Geräusch. Was haben wir hier? Ja, das ist halt diese XX1 Schaltung, die halt per Funk ist, das heißt keine Züge mehr und die sind halt auch super ergonomisch hier, wo ich ganz schnell zack, zack, mehrere Gänge auch ganz schnell durchskippen kann. Und das ist halt, das ist halt schon richtig nice, ne? Ja. Genau, also die Schaltung insgesamt absolutes Highlight. AXS steht ja bei SRAM für die Funk-Schaltung. Und ansonsten sind wir hier durchgehend bei der XX1, also wirklich im besten Bereich, was Präzision und auch Gewicht angeht. So eine Kassette, die hinten drauf ist, die kostet auch richtig was. Die ganzen Teile, die wir jetzt so nach und nach durchgehen, wenn man da so ein bisschen mitrechnet, merkt man schon, wir sind hier im Top-Modell-Bereich. Bei welchem Preis insgesamt liegen wir da jetzt? Meinst du jetzt bei der Kassette oder bei der ganzen Gruppe? Ja, schon mal insgesamt. Also Kassette, das kann ich mal vorwegnehmen, da sind wir momentan so in etwa Richtung 800 Euro unterwegs, irgendwo zwischen 700 und 800 Euro. Nur die Kassette. Und Gesamtpreis vom Rad, wo sind wir da? Bei dem Rad sind wir bei 13.499 Euro und bei der Schaltung jetzt knapp wahrscheinlich 1.500, ne? Genau, also wir sind halt wirklich im absoluten Top-Bereich. Führt uns natürlich auch so ein bisschen zur Frage, 13.500 Euro, für wen ist es das richtige Rad? Ja, ich würde sagen Semi bis Professionals, Professionals, also Leute, die halt Rennen fahren, die halt in ganz Europa oder der ganzen Welt halt mit Startgebühr irgendwo sich mit den Besten der Besten messen oder halt auch gesponserte Leute oder halt einfach Liebhaber, die halt sagen, das ist jetzt ein Rad damit, ich möchte einfach das beste Modell haben, was es so gibt von der Marke und fahr damit dann halt im Freizeiturlaub oder einfach so am Wochenende ein bisschen rum. Ja, ich bin froh, dass du die Liebhaber noch erwähnst, weil ganz ehrlich, bei dem Teil, da wär der ruhig wach. Ich fahr zwar keine Rennen, aber wenn ich das so vor mir sehe, da könnte ich es schon noch mal überdenken. Also das Ding sieht so aus, als würde es richtig Spaß machen. Ich habe es jetzt nachdem wir es aufgebaut haben, mal kurz ein bisschen gefahren. Also da kommt man richtig schnell auf Geschwindigkeit und der Federweg, ganz ehrlich, für das meiste, was man so im Alltag auch fährt, also auch auf den Trails, reicht völlig aus. Mehr Federweg heißt auch mehr, meistens höheres Gewicht, weil die Tauchrohre hier dicker sein müssen und das Rad ist auf jeden Fall auf Speed und Gewicht ausgelegt. Wir haben hier trotzdem noch das Twinlock-System halt noch. Das hatten wir noch gar nicht besprochen hier, glaube ich, ne? Genau, Twinlock, ja, eigentlich immer ein schlagendes Argument bei Scotts Rail Bikes. In zwei Stufen lässt sich das Fahrwerk abriegeln. Wir haben da die schönen Daumenschalter, genau, können halt in zwei Einrastpunkte das Fahrwerk einstellen. Gerade wenn wir dann den Berg hochfahren, geht dann auch keine Energie unnötig in die Dämpfer-Elemente verloren, sondern alles in Vortrieb. Ja, das Ganze wird halt auch, also nicht nur in der Gabel, sondern auch in dem Dämpfer halt parallel geschaltet. Das sieht man dann auch hier unten in der Service-Klappe, wo ich dann direkt auch sehe, dass dann auch der Dämpfer angesteuert wird, ne? Und, ja, das ist halt dann schon cool, dass ich nicht die Hände vom Lenker abnehmen muss. Hab dann immer sicheres, stabiles Lenken und bin halt einfach super sicher unterwegs, auch wenn ich mal ein bisschen schneller fahre. Hier habe ich dann im dritten Hebel auch so Scott-typisch die Seedpost, ne? Wo ich dann ganz easy hier runterdrücke, ne? Und ganz smooth reingeht. Und normalerweise muss man sich immer mit dem Gewicht reinlegen oder viel Druck aufwenden. Und hier geht es halt super schnell und gut hoch, ne? Und, aber trotzdem kann ich mit ganz wenig Aufwand das Ding smooth runterdrücken. Und das ist halt auch, die Fox Transfer ist da schon wirklich eine sehr gute Seedpost, also absenkbare Sattelstütze. Ja, wir haben insgesamt, wie gesagt, wirklich nur die besten Anbauteile, die man so an so ein Rad anpacken kann. Haben eine super cleane, aufgeräumte Optik. Das, klar, dadurch, dass der Dämpfer eben versteckt ist, das trägt dazu bei. Aber auch das Cockpit super aufgeräumt, super clean. Der Carbonlenker kommt richtig schön zur Geltung. Sowieso Carbonlenker. Super Geschichte, weil ich mit dem Carbon halt die ganzen Mikrovibrationen, die ich jetzt auf einem ein bisschen ruppigeren Trail schon in den Handgelenken und Armen spüren würde, den bekomme ich da schon weggedämpft. Ja, einfach weil das Material eben mitarbeiten kann. Und ja, es ist halt einfach durchweg ein super schickes, super stylisches, hochtechnisches, ja, Trailbike. Ja, oft ist es abgedroschen, der Begriff vielleicht, die Speerspitze. Aber hier kann man sagen, es ist eigentlich das beste Bio-Bike momentan, was es als Fully auf dem Markt gibt. Also in Kombination mit den Anbauteilen, hier auch mit diesem profilierten Reifen, der breit ist, der jeden Trail fahrbar macht, ist halt einfach, ja, mehr geht nicht mehr. Gut, bevor wir jetzt noch zu sehr über das Rad schwelgen, sagen wir einfach kurz, kommt vorbei, Klongstraße 4 in Kaiserslautern. Wir haben das Teil da und es ist auch noch im Zulauf. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist es komplett unnötig, ja, für Lefanz, dass man hier einen fünfstelligen Betrag hat für ein Bio-Bike? Oder ist es halt mal cool, dass man so als Fahrradler einmal so ein Bike da hat, wo man zeigt, was es geht. Was ist halt technisch möglich und wo ist halt absolut die High-Performance an? Ob das halt, ja, ob das euch interessiert oder halt eher nicht so. Genau, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, kommt gerne vorbei. Momentan hoher Besuch bei Konrad, dem Fahrradheim.